Willkommen zurück, meine Leute, hier in Donkey Kong Country Returns. Im letzten Part haben wir endlich Welt 2 geschafft. Der Bossfight war eigentlich einfach, aber der Spasti hier, der hat nix auf die Reihe gebracht. Allerdings habe ich hier jetzt gelesen, es gibt Panorama-Ansicht, das würde ich mir gerne mal ansehen. Achso, das. Gut. Wie uns die Maske da und anschaut. Was soll denn das? Naja, gut, gut, gut. Und heute geht es in die Ruinen. Ähm, ja, fünf Level, wie es ausschaut. Ich habe mir für den heutigen Streaming-Abend doch gedacht, drei Welten schaffe ich. Und jetzt bin ich konzentriert, auch wenn es schon halb elf ist. Fühlt mich ziemlich spät. Und dreieinhalb Stunden nehmen wir schon auf. Venni. So, Venni, diese Venni hier, die anwesend ist. Und bist du auch noch da? Bist du auch noch da? Yay! Du meldest dich nie irgendwie. Du musst dich ja auch nicht melden. Das sehe ich ja auch nicht als Pflicht an. Nun muss ich halt mal nachschauen. Auf jeden Fall, äh, wo war ich denn jetzt? Egal. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich eigentlich sagen wollte. Auf jeden Fall, was Sache ist, ist, dass ich kein Thema mehr parat habe, über das ich jetzt spontan reden möchte. Dementsprechend können wir uns voll und ganz auf das Spiel konzentrieren. Dieses Vögelein. Ach ja. Äh, ist hier irgendwas... Mann ey, ich hasse sowas, wenn... Oh, ja, 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 ja. Moment. Hat man uns nicht vorher gesagt, man kann rollen? Wenn ich weiß, wie man rollt. Also so, oder? Nein, das wollte ich gar nicht. Äh, das muss ich mal ausprobieren. So, und... Ja, gut. Lass mich in Ruhe, du Vogel. Yes. Ja, das ist etwas Gutes hier, ne? Vielleicht wäre ich darauf jetzt nicht wirklich drauf gekommen, alleine. Aber weil es ja ein Live-Let's-Play ist, kann man es ja gleich von den Zuschauern erfahren. Wenn man ein Let's-Player ist, der, äh... Ist doch... Der seine Let's Plays, äh, so gesehen live... Live aufnimmt, ne? Also dann, sagen wir, heute aufnimmt, oder... Ja, heute aufnimmt und am nächsten Tag hochlägt. Und dann so die Zuschauer interagieren lässt. Dann... Habe ich ja auch früher gemacht. Das ist... Das ist wieder ein Thema, ein interessantes Thema. Ich habe es ja früher gemacht. Und ich habe es auch irgendwie verabscheut, es irgendwie anders zu machen, ne? So alles im Vorhinein aufnehmen. Also das Leben ist manchmal wirklich komisch, kann man sagen, ne? Ja, verabscheut ist ein komisches Wort. Aber ich habe es nie und nimmer in Erwägung gezwungen, damals... Oh. Äh, Moment. Och, nee. Ich wollte nur schauen, ob da was war. Naja, nie in Erwägung gezogen habe ich da damals. Äh, auch nur irgendwie in Vorhinein aufzunehmen, Parts. Und schaut, schaut mich heute an. Heute bin ich so ein Hengst, der nimmt eigentlich am liebsten seine Let's Plays ganz in Vorhinein auf, bevor er irgendwie... Yes. Der am liebsten, äh... Okay. Seine Let's Plays ganz aufnimmt, bevor er den ersten Part hochstellt. Ähm, einfach weil es sich nicht mehr anders ausgeht bei mir. Ich, ich... Stand vor der Aufgabe, ja, wie willst du das jetzt während dem Studium machen? Let's Plays aufnehmen. Und irgendwie kann ich es mir nicht wirklich anders vorstellen, als das, was ich jetzt gerade mache. Ach, come on. Äh... Ich lass den jetzt einfach mal latschen. Ja, wenn ich dich meine ich ja gerade nicht. Sondern... Aaaaah... Greta? 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 Ich weiß jetzt gerade nichts. So heißt er... Ach, gooi. Greta, Greta. Irgendwas mit Kret. So heißt sie. Hehehe. Hehehe. Äh... Ist das immer noch da? Oder? Wir müssen das vielleicht einsammeln? Ich weiß jetzt gerade nicht. Da hängt's doch. Naja, aber wie schon gesagt. Ich musste doch jetzt irgendwie schauen, dass ich alles unter einen Hut kehren kann. Ne? Mit Let's Plays und sowas. Und ich hab irgendwie keine andere Lösung mir vorstellen können. Um es irgendwie auch nur... Äh... Gott. Hehehe. Hehehe. Ach, wisst ihr was? Bring mich um. Bring mich um, hab ich gesagt. Hehehe. Hehehe. Nein, umbringen. Dankeschön. Hehehe. 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 Entweder so, oder... Es wird wahrscheinlich so ausschauen, dass auf meinem Kanal nur extrem unregelmäßig was kommen kann. Weil ich weiß ja wegen Studium ja nie, was ich machen muss und ob ich irgendwie Zeit habe oder sowas. Generell während dem Studium an sich. Ja, vielleicht in den Sommerferien kann ich sowas hinbekommen, wenn ich wirklich überhaupt nichts zu tun habe, aber so nicht. Und lieber so aufnehmen... Ach, come on. Hehehe. Und lieber so aufnehmen, als überhaupt nicht mehr aufnehmen. Das ist hier jetzt irgendwie meine Devise. Hehehe. Und ich find's auch gar nicht mehr so schlecht. Und etwas Gutes hat's ja irgendwie auch. Dass man zum Beispiel, wenn man irgendein Spiel aufnehmen möchte, das man nicht kennt, also irgendein Blindspiel hat, dann braucht man sich nicht mehr zu sorgen, dass man irgendwie gespoilert wird. Weil man hat eh das Let's Play schon aufgenommen. Also, ne? Hehehe. 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 Wie schaff ich es nur einfach nicht? Hehehe. Äh... Ja, was ist denn los? Warum kann ich da nicht drauf? Come on. Also, da rauf. Mann, ich bin so blöd. Obwohl, war da nicht jemand? Ein Didi-Kong? Oh, was ist denn da los? Was ist denn da los? War das jetzt so klug, ohne Didi-Kong hierher zu kommen? Oh Gott. Ja, das war gar nicht so schlimm. Aber das ist zu uns nicht. Das ist so... Ich bin so blöd. Hehehe. 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 Und da ist die Dikong. Ich bin wirklich blöd. Hehehe. 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 Oder soll ich mich umbringen lassen, hier? Oh, nee. Wie schon gesagt, wir holen alles nochmal nach und versuchen. Oh. Oder keine Ahnung, wie ich das machen werde. Hehehe. Oh, die Todes-Truthene. Hehehe. Hehehe. D-d-d-d-dsch. Oh nooo. 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 Hehehe. Nooo. 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 Ist jetzt gar nicht so schlecht. Nur als sie ein Level noch leben, möchte ich sagen hier. So, kann ich jetzt wieder da zurückplatschen? Sorry. Du, 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 du. Du, du du du. Yes. Das kann ich nochmal vorrücken. Ich hab das natürlich alles mit Absicht gemacht, ne. Probieren wir einfach mal, irgendwie. Das ist keine gute Idee, irgendwie. Hehehe. Zumindest schaue dame halt nix, eh und übrig lässt, irgendwie. Irgendwo ne, banana! Hehehe. Ha! No... Das ist so schlecht. Hehehe. Das ist schlecht. Wie oft willst du das noch sagen? Und. 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 Oh nein. Drei Bananis. Ich könnte mich wieder umbringen lassen. Ja, könnte ich mich wieder. So. Los, I give you my body. Bring mich um. Bring mich um. Ich will es haben, komm. Oh, blaue Flamme, so geil. Komm her, komm her. Yes. Und noch eins. Yes. Wie heißen die, die es lieben, gequält zu werden? Macho Christ. Macho Christ heißen die, glaube ich. Das war ich gerade. Und das war geil. Jetzt muss ich irgendwie an den Manga denken. Der wie heißt? Ion? Ich glaube schon. Und so A-I-O-N. A-I-O-N. Ich glaube, so heißt der Manga. Ich glaube, das war auch am Anfang dieser... Glaubte man auch am Anfang, dass das irgendwie so ein Manga Christ ist. Ich bin gut. Also vergesst einfach, dass ich da gefehlt habe. Ich habe das First Try geschafft hier. Ist ja nur logisch hier, ne? So, kriege ich hier wieder ein Herd oder so. So. Und... Ja, komm einfach. Dankeschön. So schlimm und so schwer ist das Ganze doch gar nicht, ne? So, du schrei. Oh, mein goodness. What the fuck? Oh, ich habe den See wie nackt gesehen. Gut. Das passiert jetzt. Achso, die Todes-Troutiner. Troutiner. Und... Jetzt einfach schnell sein. Einfach schnell. Nein, das ist nicht schnell. Äh... Ja, natürlich. Du mich auch, Spiel. Egal. So. Dun-dun-dun-dun. Donkey Kong. Ich kann nicht drüber hüpfen. Weil ich nicht hüpfen soll. Dun-dun-dun-dun. Ich sterbe. Sterbe, sterbe. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Aber Leute, ich würde sagen, ich schneide jetzt einfach. Ich möchte das natürlich alles wieder nachholen. Also, bis gleich. Es gibt's nicht. Ich habe eigentlich schon abgeschrieben. Banana. Hab ich enttäuscht. Nein, meine... Ich check's jetzt erst. He-he-he. He-he. 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 Ich bin so blöd. So blöd. So blöd. Der kann man nicht sein. He-he. Düt-düt-dü. Düt-düt-dü. Rüberschwatteln. Schwattel rüber. Du kleiner Affe. He-he. Indiana Jones. Du bist ein Indianer. Obwohl ein Amerikaner ist. Du bist ein Amerikaner, nicht Indianer oder umgekehrt. Ich weiß doch nichts. Frag mich nicht. Warum fragst du mich? Weil du das behauptet hast. Frag doch nicht den Hansi hinterseher. Warum soll ich den nicht fragen? Weil er nicht Allwissenden ist. So. Keine Ahnung, was das soll. So. 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 Gut, 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 gut. He-he. Was danzt denn da so ab? Tick. Oh. He-he. 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 Ich hab's irgendwie grad realisiert. Irgendwie tickt hier etwas. Was kann das bedeuten? Ach so. Ja. Fuck you. He-he. Äh. Mann. Ich wollte irgendwie das Truthahn dort reinlaufen sehen. He-he. Ich weiß. Ich bin irgendein Psychopath, ne? He-he. So. He-he. 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 Was ist hier? Was wird hier gespielt? ult Bananen. Die Bananen. Die werden gespielt. Wir werden gespielt. Weil sie gespielt werden. He-he. He-he. Was ist hier drin? Das ist doch gut. Wir verlieren ja nicht alles. Das ist doch sehr gut. Was ist hier drin? Kann das sein? Ohi, oi oi. Obwohl? Frage? Also manchmal gebe ich Geräusche von mir. Das gibt's eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich... Nein. Achso, da ist sowieso nichts. Aber ich habe ja da noch einen Versuch. Äh! 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 Nope. Nein! Nein, da drüben, da drüben, da drüben, mein Herz, da schmerzt, ich, 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 aber es ist auch irgendwie gemein, ne, für manche Stellen brauchen wir Kazooie, wollte ich sagen, Diddy Kong, das ist echt ein Wahnsinn, was auch ein Wahnsinn ist, ist, dass das nur Level 1 war, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, ne, was ist das eigentlich wieder für ein Smiley? Kann ich euch eh kurz hier zeigen, voll das Mikro geschlagen, da, was ist das für ein Smiley? Naja, huuuuuh, gut, Diddy Kong, komm hierher, da ist etwas, wie kommen wir dorthin? Wie kommen wir dorthin? Ich habe mich schon gefragt, ich, ich, ich habe mir irgendetwas gedacht, ne, vielleicht kann ich ja unten durch, aber nope Ja, komm! Ja, da, 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 yo, what the fuck? Was, was, was war das? Ich habe es noch geschafft. Ey, komm her. So. Ey, so. Manchmal muss man halt weg vom Mikro. Äh, so. Nope, nix und wieder nix ist hier. Mö. Äh, ist hier irgendetwas? Okay. Ja, manche versteckte sind durchziehen. Ja, einfach, manche sind doch ein bisschen gemein. Äh. Oh, auch interessant. Aber da ist... Höh, huuuhuuh. Hehehe. Ach, schade, was war denn das? Kann ich da... Kann ich wieder drauf? Nee. Aber ich kann... ...das hier machen. Yes. So. Yes, geschafft. Und hier Pustekuchen. Nope, nix. Äh. Ja, what the fuck? Wir sind mich einfach verarscht, ey. Ich hab doch... Oh nooos! Ähm, hallo? War das jetzt ne Falle, oder was ist denn nur los? Ah, ich merk schon irgendwie, ich bin doch ein bisschen, jetzt schon ein bisschen zu ungenzentriert. Das bist du schon die ganze Zeit, du Sposti! Okay, lasst mich doch hin. So. Nom, nom, nom. Und wie schmeckt so ein Affe? Naja, wir Menschen sind ja auch irgendwie Affen, in einer gewissen Art und Weise. Also, wenn man wissen will, wie so ein Donkey Kong schmeckt, dann, dann... Naja, es ist etwas anderes. Naja, ich würd sagen, man... Ich hätt schon gesagt, dann... Gut, so. Dann macht man etwas, nämlich... Was soll man hier eigentlich machen? Äh, das überstehen? Vielleicht. Naja, tsch. Vielleicht hin und her. Ja, das geht doch gleich einfach auch hin. Naja, äh, so. Falls ihr jemals wissen wollt, wie so ein Affe schmeckt, dann... Hackt euch irgendwie den Finger ab und kostet einfach selber, weil wir sind ja eigentlich in einer gewissen Art und Weise auch Affen. Oh, ey, sieh, sieh, sieh. Ja, ich bin klug! Und? Gut. Man muss wirklich überall gefasst sein, dass man irgendwas verpasst. Aber auch wieder. Ich find's in diesem Spiel sehr, sehr gelungen, die, die... Dass man die Welten hier so verbindet. Naja, am Anfang war man ja noch so in einer Art Dschungelregion. Und jetzt kommen wir wieder... Wie fortgeschrittener wir im Spiel, in der Welt sind, kommen wir jetzt wieder zu einem... Zum Hauptthema der Welt, kann man sagen. Come on! Was hat man davon, wenn man so gierig ist? Da unten ist nix. Das geht's doch nicht. Boah, schabbabdaubdaubdaubdaubdaubdaub. Was da halt nicht? Vielleicht keine Ahnung. Ich weiß doch nicht. Verpasst ihr wahrscheinlich so viel? Das gibt's doch nicht. Äh, ach so, das kann man ja auch. Zusammenschlagen. Aber sehr, sehr schön. Gestaltet sind die Welten. Auf jeden Fall. Achso, das ist wieder so gut. Eigentlich kann man ja immer so... Naja, es ist ein bisschen zu schnell dafür, aber... Rein vom Prinzip her kann man ja... A meschen. Ja? Das ist... Okay, ich merke. Es ist schon wirklich zu spät für mich. Zu spät. Und ich merke auch gerade, der Timer, der war gerade die ganze Zeit... Inaktiv. Also... Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Part gerade ist. Naja, aber wie schon gesagt, ich merke es schon... Es ist schon relativ spät und... Manchmal habe ich wirklich so extreme Brainfarts... Wie das jetzt gerade. Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe, so. So, dann schauen wir mal... Oh, was ist hier? Kann ich runterrutschen? Yes! Ähm... Muss ich hier irgendwas sammeln? Gibt das quer? Weiß auch nicht. Vielleicht. Ja, wo sind wir? Geht was irgendwie runter jetzt? Sollen wir das bitte einsammeln? Naja, egal. Ist auch egal. Achso. Warum? Warum? Hallo? Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Gott. Ich würde sagen, nach diesem Part höre ich einfach auf. Nicht, weil es mir keinen Spaß macht oder sowas, aber ich habe irgendwie... Ich weiß nicht wirklich, warum soll ich noch weiter machen, wenn ich dauernd nur herumfehle. Natürlich kann ich mir vorstellen, das kann lustig sein für die Zuschauer, aber ich jetzt als Let's Player denke mir, ich hänge hier jetzt so oft. Ich brauche vielleicht Pause, weil man darf ja nicht vergessen, es ist ja heute auch eher spontan, dass ich das mache. Ich habe auch spontan einfach angefragt hier, ob wer Bock hat auf Livestream und so. Yes. Und man darf ja auch nicht vergessen, ich habe ja heute mein, mein Zug ist in meinem ersten Fahr-Adventure hinter mir. Mein Auto-Adventure, kann man sagen. Auf der Straße mit meiner Mutter eben, ne. Das, was ich euch damals erzählt habe mit, äh, wir sind gleich dann auf die Straße gefahren, obwohl ich eigentlich was anderes mir gedacht habe. Das war heute. Weil wir, eigentlich habe ich mich auch darauf eingestellt, dass wir heute und morgen, ähm, sehr, sehr viel fahren werden. Also, mehrere Stunden, aber irgendwie, keine Ahnung. Ich hatte dann wieder irgendwie so Magenprobleme mit Durchfall und sowas und da hatte ich dann auch keinen großen Bock mehr. Aber wie schon gesagt, wir sind eben zu den Geschäften gefahren. Und, ja, es war interessant. Die Erfahrung, die ich machen konnte hier. Und morgen fahren wir auch irgendwo hin, ich weiß jetzt nicht genau. Aber irgendwo fahren wir schon hin, damit ich noch mehr in dieses Fahnen reinkomme. Und dann bin ich doch relativ gut gewappnet für Montag. Mit der echten Fahrschule, kann man sagen. Was war denn das, bitte? Hat mir, der hat wahrscheinlich nur gepfutzt. Ich wollte schon sagen, ne, ich habe ja nur den Hintern erwischt. Oh, nur den Hintern erwischt. Und, ja, eigentlich habe ich ja nicht den Hintern erwischt. Ja. Achso. Achso, so, check schon. Ich so, wow, das ist ja geil. Gut, 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 so. Nein, mit, dass du nicht, wollte ich schon wieder sagen, mit. Bei Andrew wollte ich jetzt sagen, mit. Die, die würde das einfacher gehen. Ja, wie, wieso nicht denn da raufkommen? Kann mir das jemand sagen? Ich bleibe jetzt einfach mal rechts. Und die Affen hier. Oh nein, du darfst mich so nicht sehen. Ich werde dich nicht. Nein. Yes. Ich packe sie ja. Sean ist bestimmt schon stoppt. Das ist nicht. Frost. Fubuki. Fubuki. Oh. Oh. Nein, nicht den Mund rein. Oh. 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 Aber wie schon gesagt, mir gefallen die Welt. Sehr, sehr, sehr gut. Okay, dann nur. oh. Oder mundoffen ist. Oh, oh. Aber das ist auch interessant gestaltet. So ein Idiot, wie ich bin, vergeude ich schon alles andere hier. So, gut. Ich muss nur irgendwie das Timing bekommen, wie lang braucht die Strecke hier. So, come on. Echt jetzt. Last try! Dum 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 dum. Ich bin ein Genius, Genius, Genius. Ich bin ein Genius, der sich treffen lässt. Treffen, treffi, 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 list, treffi, waffi, treffi, maffi, treffi. Laffi, 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 laffi. Was sing ich hier? Ich weiß doch nicht warum. Warum singe ich denn nur so ein Lied? Was ist das für eine Melodie, frage ich mich hier. Kennt ihr die Melodie vielleicht? Ich kenne sie nicht. Vielleicht habe ich sie erfunden gerade. Vielleicht kenne ich die Melodie aus irgendeinem Song oder sowas. Keine Ahnung. Ach, come on. Nee, 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 Mami. Das gibt es so ein Ding. So. Komm. So schwer ist es doch gar nicht. Und er macht immer noch diesen gleichen Track hier. Und ich hüpfe wieder nicht. Was soll denn? Was soll denn das, du kleine Schmach? Was soll denn das? Ich mache schon wieder so einen Mist. Mist, warum mache ich das? Warum springst du nicht, wenn ich will? Ich drücke den Knopf. Du rüppst nicht. Warum machst du das? Warum singe ich denn ein Lied? Ich weiß doch nicht. Warum? Warum? Vielleicht soll ich weiterspielen. Ja. Weil ich merke es gerade. Ich werde crazy. Das passiert, wenn ich crazy werde. Ich werde ein bisschen verrückt. Ja, 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 ja. Und ich schaffe es mit Singen. Ja, ja. Der Part ist vorbei. Ich habe es geschafft. Ich habe das O vergessen. Nein, das glaubst du wohl. Ich meine, ich bin der King. Deswegen ist dieses O nicht hier, weil ich der King bin und nicht der Kong. Ha! Keine Ahnung. Frag mich nicht. Frag mich nicht, warum ich hier so singe. Ich weiß nicht. Oh mein Gott, die Ruinen sind sowas von QIP. Keine Ahnung, so. Kaufen wir uns einfach Schlüssel ein und dann kaufen wir uns ein bisschen Money, Money, Money. Ja, wir können dann auch Money einkaufen. Ja, wir brauchen das. Wir brauchen Ballone, wir das brauchen. So, so. Gut. Hurray. Ja, der Part ist vorbei. Aber irgendwie. Ich habe jetzt Selbstvertrauen getankt. Wir schaffen das. Wir schaffen diese Welt für den heutigen Tag. Yes. Und ich denke mir mal, ich bin gerade wirklich auf so einer crazy Stufe da. Würde es sicher nicht schaden. Weit aufzunehmen. Leute, das war's für heute. Macht's gut und tschüss. Wir haben es gut, okay? Verse 10. Vielen Dank.